hey schön dass du auf unser erstes youtube video geklickt hast wir zeigen dir heute wie du ganz einfach deine eigene relief art selbst machen kannst um dein zuhause so ein bisschen minimalistisch reduziert aber doch ganz schön individuell dekorieren zu können lasse ich einmal operieren auf pinterest da findest du unglaublich viel inspiration und ich will mal sagen fang einfach an mit deinen eigenen skizzen so 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 so